3, 6 und 9 Die meisten Menschen würden sagen, das sind einfache Zahlen. Grundschulkinder lernen, mit ihnen zu rechnen. Dennoch sind die meisten Menschen blind für das, was sich wirklich in diesen Zahlen verbirgt. Lass mich dir erklären, was ich damit meine. Hast du jemals innegehalten, um die Mysterien zu betrachten, die unser Universum zusammenhalten? In den unendlichen Weiten des Raums und den verborgenen Tiefen der Materie gibt es Geheimnisse, die nur darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Einer der größten Pioniere auf dieser Suche nach Wissen war Nikola Tesla, ein Mann, dessen Erfindungen und Entdeckungen noch heute die Grundlage unserer modernen Welt bilden. Doch hinter den bekannten Errungenschaften verbarg Tesla ein tiefes Geheimnis, das die Art und Weise, wie wir das Universum betrachten, für immer verändern könnte. Dieses Geheimnis dreht sich um die scheinbar einfachen Zahlen 3, 6 und 9. Doch bevor wir dieses Mysterium enthüllen, lassen sie uns einen Moment innehalten und die Reise dieses außergewöhnlichen Mannes betrachten. Nikola Tesla, geboren in einem kleinen Dorf in Kroatien, war von jungen Jahren an von den Wissenschaften fasziniert. Sein Verstand war wie ein Schwamm, der Wissen mit einer unersättlichen Neugier aufsog. Teslas Beiträge zur Elektrizität und Energie sind legendär, seine Arbeiten an Wechselstrom, Radiowellen und drahtloser Energieübertragung haben die Grundsteine für unsere heutige Technologie gelegt. Doch Teslas Genie erstreckte sich weit über diese Errungenschaften hinaus. Er glaubte, dass das Universum von unsichtbaren Kräften durchdrungen ist, die, wenn sie einmal verstanden und genutzt werden könnten, die Menschheit auf ein neues Niveau des Daseins heben würden. Jetzt, lieber Zuschauer, stelle dir vor, du stehst an der Schwelle zu einer Entdeckung, die alles, was wir über Energie, Frequenz und das Universum selbst wissen, infrage stellen könnte. Tesla entdeckte etwas, das so tiefgründig ist, dass es selbst heute noch viele von uns in Erstaunen versetzt. Er entdeckte, dass die Zahlen 3, 6 und 9 einen Schlüssel zum Universum darstellen. Doch was bedeutet das eigentlich? Und wie können einfache Zahlen eine solche Macht besitzen? Bevor wir diese Geheimnisse aufdecken, müssen wir verstehen, dass diese Zahlen nicht einfach nur Ziffern sind. Sie repräsentieren Frequenzen, Schwingungen, die die Grundlage aller Existenz bilden. Alles im Universum, von den kleinsten Partikeln bis zu den größten Galaxien, schwingt in einer bestimmten Frequenz. Diese Frequenzen sind die Musik des Kosmos, ein universelles Orchester, das in perfekter Harmonie spielt. Und genau hier, in diesem symphonischen Meisterwerk, spielen die Zahlen 3, 6 und 9 eine entscheidende Rolle. Aber warum gerade diese Zahlen? Was macht sie so besonders? Nun, lieber Zuschauer, ich muss dich bitten, noch ein wenig Geduld zu haben. Denn um die wahre Bedeutung und Kraft dieser Frequenzen zu verstehen, müssen wir tiefer graben. Wir müssen die Verbindungen erkunden, die Tesla zwischen diesen Zahlen und dem Universum sah, und wie durch ihre Anwendung unsere Welt und vielleicht sogar wir selbst transformiert werden könnten. Stell dir eine Welt vor, in der Energie frei und unbegrenzt fließt, in der unsere Verbindung zum Kosmos nicht nur durch die Sterne, die wir nachts betrachten, definiert wird, sondern auch durch die grundlegenden Frequenzen, die das Fundament unserer Realität bilden. Dieses Wissen, lieber Freund, ist mehr als nur eine wissenschaftliche Kuriosität. Es ist ein Wegweiser zu einer neuen Art des Verständnisses und der Interaktion mit der Welt um uns herum. Also, bist du bereit, dich mit mir auf diese Reise zu begeben? Bist du bereit, die Geheimnisse zu enthüllen, die Tesla entdeckt hat und die das Potenzial haben, nicht nur die Wissenschaft, sondern auch unser tägliches Leben zu revolutionieren? Lass uns gemeinsam die Bedeutung der Frequenzen 3, 6 und 9 erkunden und wie sie das Universum beeinflussen. Die Reise, die vor uns liegt, ist ebenso faszinierend wie sie geheimnisvoll ist, und ich verspreche dir, es wird eine Reise wie keine andere. Jetzt widmen wir uns einem der faszinierendsten Kapitel in der Geschichte der Wissenschaft und der Forschung eines Mannes, dessen Denkweise die Grenzen des Möglichen verschob. Nikola Tesla, ein Name, der mit Erfindungsreichtum und Vision gleichgesetzt wird, führte uns in eine Welt ein, in der Zahlen mehr sind als nur Mittel zur Quantifizierung der Realität. Seine Obsession mit den Zahlen 3, 6 und 9 öffnete eine Tür zu einem Verständnis des Universums, das weit über das hinausgeht, was wir mit bloßem Auge sehen können. Tesla glaubte, dass diese spezifischen Zahlen den Schlüssel zum Verständnis des Universums in sich tragen. Doch warum diese Zahlen? Was sah Tesla, was uns anderen verborgen blieb? Um dies zu verstehen, müssen wir uns zunächst mit den Grundlagen von Frequenzen und Schwingungen beschäftigen, die das Fundament der Physik und unserer gesamten Existenz bilden. Alles in unserem Universum, von den winzigsten Partikeln bis zu den weitesten Galaxien, schwingt in irgendeiner Form. Diese Schwingungen erzeugen Frequenzen, die die Essenz alles lebendigen und nicht lebendigen sind. Tesla erkannte, dass Frequenzen und Schwingungen nicht nur eine wissenschaftliche Kuriosität sind, sondern eine universelle Sprache, die, wenn man sie versteht, tiefgreifende Einblicke in die Geheimnisse der Natur ermöglicht. Er sah die Zahlen 3, 6 und 9 nicht als einfache mathematische Konstrukte, sondern als fundamentale Prinzipien, die die Struktur und Harmonie des Kosmos widerspiegeln. Diese Zahlen repräsentieren für Tesla ein Muster, eine Ordnung im scheinbaren Chaos des Universums. Aber was macht diese Zahlen so besonders? Lassen Sie uns einen Moment innehalten und darüber nachdenken. Die Zahl 3 wird oft in der Natur gefunden, von den grundlegenden Strukturen des Lebens bis hin zu den komplexen Systemen, die das Universum organisieren. Die Zahl 6 symbolisiert Gleichgewicht und Perfektion in vielen Kulturen und Wissenschaften. Und die Zahl 9 steht für das Göttliche, das Unendliche, ein Echo der Unendlichkeit, das in der gesamten Schöpfung widerhallt. Teslas Forschung und seine tiefe Verbundenheit mit diesen Zahlen gingen über die reine Mathematik hinaus. Er sah sie als Schlüssel, um die Tür zu einer neuen Art der Interaktion mit der Welt zu öffnen. Er glaubte, dass durch das Verständnis der Rolle, die diese Frequenzen im Universum spielen, wir in der Lage sein könnten, Energie in einer Weise zu nutzen, die bisher als unmöglich galt. Denken Sie an drahtlose Energieübertragung über große Entfernungen oder an die Möglichkeit, mit der reinen Energie des Kosmos in Resonanz zu treten. Aber wie genau beeinflussen diese Frequenzen unser tägliches Leben? Sie sind überall um uns herum und in uns. Von der Art und Weise, wie unsere Herzen schlagen, bis hin zu den Zyklen der Planeten und Sterne alles folgt einem rhythmischen Muster, das durch Frequenzen bestimmt wird. Tesla verstand, dass die Harmonie und Disharmonie, die wir in der Welt erleben, direkt mit den Schwingungen zusammenhängen, die alles durchdringen. Stellen Sie sich vor, liebe Zuschauer, eine Welt, in der wir lernen, mit diesen Frequenzen zu arbeiten, sie zu unserem Vorteil zu nutzen. Eine Welt, in der Energie nicht länger begrenzt oder verschwendet wird, sondern frei und im Überfluss vorhanden ist, geleitet von den grundlegenden Prinzipien, die Tesla entdeckt hat. Das ist die Welt, die Tesla sich vorstellte, eine Welt, die durch das tiefe Verständnis und die Anwendung der geheimnisvollen Kräfte, die in den Zahlen 3, 6 und 9 verborgen sind, transformiert wird. Doch bevor wir diese Vision verwirklichen können, müssen wir bereit sein, unseren Geist zu öffnen und die Welt auf eine Weise zu betrachten, wie es Tesla tat. Wir müssen lernen, hinter die Oberfläche zu schauen und die verborgenen Muster zu erkennen, die das Fundament unserer Realität bilden. Nur dann können wir beginnen, das volle Potenzial dieser universellen Frequenzen zu erschließen und vielleicht eines Tages das Geheimnis entschlüsseln, das Tesla so leidenschaftlich zu verstehen suchte. Nun geht es darum, die Bedeutung hinter den Zahlen 3, 6 und 9 zu entschlüsseln, wie sie von Nikola Tesla verstanden wurden. Diese Zahlen sind weit mehr als einfache Markierungen auf einem Zahlenstrahl, sie sind das Fundament eines universellen Codes, der das Gewebe unserer Realität durchdringt. Tesla, ein Visionär, der seiner Zeit weit voraus war, erkannte die tiefgreifende Verbindung zwischen diesen Zahlen und den grundlegenden Prinzipien des Universums. Lassen Sie uns gemeinsam diese mystischen Zahlen erforschen und ihre verborgenen Bedeutungen enthüllen, die Tesla so faszinierten. Die Zahl 3 wird oft als die grundlegende Baustein der Schöpfung betrachtet. In vielen Kulturen und spirituellen Überzeugungen symbolisiert sie Harmonie, Weisheit und Verständnis. Für Tesla repräsentierte die Zahl 3 die Quelle aller Energie und die Basis, auf der das Universum gebaut ist. Er sah in ihr ein wiederkehrendes Muster, das sich in allem manifestiert, von den kleinsten Atomen bis zu den weitesten Galaxien. Diese Zahl verkörpert die Idee, dass das Universum in seinem Kern symmetrisch und harmonisch strukturiert ist. Sie steht für die Triade, die in vielen natürlichen Phänomenen zu finden ist, Anfang, Mitte, Ende, Geburt, Leben, Tod, und in der physikalischen Welt als Dimensionen von Raum und Zeitlänge, Breite und Höhe. Die Zahl 6 symbolisiert den Fluss der Energie und die Harmonie, die in der natürlichen Welt existiert. Sie repräsentiert die perfekte Balance und die dynamische Wechselwirkung, die notwendig ist, um das Gleichgewicht im Kosmos aufrecht zu erhalten. Tesla erkannte, dass die Zahl 6 eine Schlüsselrolle in der Struktur der Schöpfung spielt, indem sie die Effizienz und die Ordnung in den energetischen Systemen des Universums widerspiegelt. Diese Zahl veranschaulicht, wie Energie in Zyklen fließt, sich von einem Zustand in den nächsten bewegt und dabei eine harmonische Resonanz erzeugt, die das Fundament für die Manifestation der physischen Welt bildet. Die Zahl 9 steht für das Universum selbst und seine unendliche Energie. Sie ist das Symbol der Vollständigkeit und des ultimativen Wissens. Tesla sah in der Zahl 9 den Schlüssel zur Unendlichkeit, eine Manifestation der unendlichen Möglichkeiten, die das Universum bietet. Diese Zahl verkörpert das Konzept, dass das Universum ein dynamisches, sich ständig entwickelndes Gebilde ist, dessen Komplexität und Schönheit unermesslich sind. Die Zahl 9 steht für die Idee, dass es in der Unendlichkeit des Kosmos eine zugrunde liegende Ordnung und Einheit gibt, die alles durchdringt und verbindet. Tesla verwebte die Bedeutung dieser Zahlen geschickt in seine Arbeiten und Erfindungen. Seine Faszination für die Zahlen 3, 6 und 9 war nicht nur theoretisch, er integrierte sie in die praktische Anwendung seiner Technologien. Von seiner berühmten Wadenkliffe TUM, entworfen, um drahtlose Energie zu übertragen, bis hin zu seinen Experimenten mit elektrischen Strömen, Tesla nutzte die Prinzipien, die diesen Zahlen zugrunde liegen, um die Effizienz und das Potenzial seiner Erfindungen zu maximieren. Er glaubte, dass durch die Harmonisierung unserer Technologien mit den grundlegenden Frequenzen des Universums, wie sie durch die Zahlen 3, 6 und 9 symbolisiert werden, eine neue Ära der Energieeffizienz und Übertragung eingeleitet werden könnte. Ich freue mich für dich, dass du bis hierher mit uns auf dieser Reise warst. Wenn dieses Video dein Herz berührt oder dir neue Erkenntnisse gebracht hat, wäre es wunderbar, wenn du uns wirklich unterstützen würdest. Dafür kannst du Kanalmitglied werden. Das geht ganz einfach über den Link in der Beschreibung unter diesem Video. Dann kannst du gegen eine kleine monatliche Spende alle neuen Videos sehen, bevor sie für alle anderen öffentlich sind. Wenn du dich dafür entscheidest, danke ich dir. Schließlich sind wir alle hier, um gemeinsam zu wachsen und zu lernen, und deine Unterstützung ist das Licht, das unseren Weg erhält. In der Betrachtung von Teslas Werk und seiner tiefen Verbindung zu diesen Zahlen offenbart sich eine Vision, die weit über seine Zeit hinausreicht. Er sah ein Universum, das von einer tiefen Harmonie und einem Ordnungssystem durchdrungen ist, das sich in der simpeln Schönheit der Zahlen 3, 6 und 9 widerspiegelt. Diese Zahlen sind nicht nur ein Schlüssel zum Verständnis des Universums, sondern auch ein Leitfaden für die Entwicklung von Technologien, die in perfekter Resonanz mit den natürlichen Gesetzen des Kosmos stehen. Als nächstes sprechen wir über die praktische Anwendung der geheimnisvollen Frequenzen, die Nikola Tesla entdeckt hat und wie er versuchte, diese in seinen bahnbrechenden Experimenten und Erfindungen zu nutzen. Teslas Arbeit ist durchzogen von dem Versuch, die natürlichen Frequenzen der Erde zu verstehen und zu manipulieren, um die Menschheit in eine neue Ära der Technologie und Energie zu führen. Besonders seine Experimente mit drahtloser Energieübertragung und der Bau des Wadenkliffe-Turms stehen exemplarisch für seine Vision, Energieprobleme zu lösen und unsere Interaktion mit Technologie zu revolutionieren. Tesla erkannte, dass die Erde selbst Schwingungen erzeugt natürliche Frequenzen, die überall um uns herum präsent sind. Er glaubte, dass durch das Einhaken in diese Frequenzen, insbesondere die Zahlen 3, 6 und 9, eine unbegrenzte Energiequelle angezapft werden könnte. Tesla experimentierte mit elektromagnetischen Wellen und deren Resonanzfrequenzen, um Energie drahtlos über große Entfernungen zu übertragen. Sein Ziel war es, eine Technologie zu entwickeln, die es ermöglichen würde, Energie wie Radiowellen zu senden und zu empfangen, frei zugänglich für jeden auf der Welt. Der Wadenkliffe-Turm, Teslas ambitioniertestes Projekt, sollte der physische Beweis seiner Theorien werden. Geplant als die erste Station für drahtlose Energieübertragung, sollte der Turm Energie durch die Erde und die Atmosphäre senden, basierend auf dem Prinzip der Resonanz. Tesla stellte sich vor, dass durch die Anwendung der richtigen Frequenzen insbesondere jener, die durch die Zahlen 3, 6 und 9 symbolisiert werden, der Turm in der Lage sein würde, Energie über Kontinente hinweg zu senden, ohne Kabel, ohne Verluste, effizient und nachhaltig. Die theoretische Grundlage von Teslas Arbeit mit Frequenzen und drahtloser Energieübertragung basiert auf der Resonanztheorie. Indem man die Frequenz einer Energiequelle so anpasst, dass sie mit der natürlichen Frequenz eines anderen Objekts übereinstimmt, kann Energie effizient übertragen werden, ähnlich wie eine Stimmgabel eine andere zum Schwingen bringen kann, wenn beide dieselbe Frequenz teilen. Tesla glaubte, dass durch die Nutzung dieser universellen Frequenzen die Menschheit in der Lage sein würde, Energie global und ohne Umweltbelastung zu verteilen. Die Anwendung dieser Frequenzen hat das Potenzial, unsere Energieprobleme zu lösen und die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren, grundlegend zu verändern. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Energie frei verfügbar ist, wo keine Kriege um Öl geführt werden müssen, keine Landschaften für Energiegewinnung geopfert werden müssen, und jeder Mensch unabhängig von seiner geografischen Lage Zugang zu sauberer Energie hat. Teslas Vision war es, eine solche Welt zu erschaffen, eine Welt, in der Energie wie Wissen frei und zugänglich für alle ist. Obwohl Teslas Träume vom Wadenkliffeturm nicht zu seinen Lebzeiten verwirklicht wurden, leben seine Ideen und Visionen weiter. Die moderne Wissenschaft und Technologie beginnen erst jetzt, das Potenzial der drahtlosen Energieübertragung und der Nutzung natürlicher Frequenzen zu erkunden. Teslas Arbeit inspiriert weiterhin Generationen von Wissenschaftlern und Ingenieuren, nach innovativen Lösungen für die Energieprobleme der Welt zu suchen. Die Anwendung von Frequenzen, wie Tesla sie vorschlug, bleibt ein faszinierendes Feld mit dem Versprechen, unsere Gesellschaft und unsere Umwelt zu transformieren. Während wir in die Zukunft blicken, können wir nur spekulieren, wie weit Teslas Visionen uns führen können. Was klar ist, ist, dass seine Arbeit uns dazu ermutigt, über die Grenzen des Bekannten hinauszuschauen und die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln, mit der Hoffnung, eine bessere, nachhaltigere Welt zu erschaffen. Wenn du das Gefühl hast, dass dieses Video bis jetzt einen Wert für dich hatte, würde ich mich freuen, wenn du diesen Wert mit einer Spende durch den Supertanks-Button unter dem Video teilst, so viel, wie es für dich richtig und fair erscheint. Jede Geste der Anerkennung ist ein wertvolles Geschenk für mich, die diese Videos aufnimmt. Nun geht es darum, die spirituelle Dimension von Nikola Teslas Entdeckungen zu erkunden und die tiefere Verbindung zwischen den Frequenzen 3, 6 und 9 und der Idee eines universellen Bewusstseins zu beleuchten. Teslas Arbeit, obwohl stark in der Physik verwurzelt, berührt unausweichlich auch das Reich des Spirituellen. Seine Faszination für diese besonderen Zahlen und ihre Anwendung in seinen wissenschaftlichen Unternehmungen bietet einen faszinierenden Ausgangspunkt, um über ihre Bedeutung in einem breiteren, universellen Kontext nachzudenken. Tesla selbst sah die Natur und das Universum durch eine Linse, die sowohl wissenschaftlich als auch tiefspirituell war. Er verstand, dass die physikalischen Gesetze, die das Universum regieren, nicht getrennt von den spirituellen Prinzipien sind, die das Leben leiten. Die Frequenzen 3, 6 und 9 offenbaren eine Symmetrie und Harmonie, die weit über ihre mathematische Bedeutung hinausgeht. Sie spiegeln eine universelle Ordnung wieder, die auf einer Ebene des Bewusstseins existiert, die wir erst zu verstehen beginnen. Die Idee eines universellen Bewusstseins, eines kollektiven Geistes, der alle Formen des Lebens durchdringt, findet sich in vielen spirituellen Traditionen. Diese Traditionen lehren, dass alles im Universum miteinander verbunden ist, eine Sichtweise, die mit Teslas Überzeugungen resoniert. Die Zahlen 3, 6 und 9 könnten als Schlüssel zu diesem tiefen, verbindenden Bewusstsein betrachtet werden, als Frequenzen, die die grundlegende Struktur dieses kollektiven Bewusstseins formen. Durch das Verständnis und die Anwendung dieser Frequenzen könnten wir möglicherweise eine engere Verbindung zu diesem universellen Bewusstsein herstellen, unsere eigene spirituelle Entwicklung fördern und einen Weg zur Transformation finden. Interessanterweise finden sich Echoes der Zahlen 3, 6 und 9 in zahlreichen spirituellen Traditionen und Praktiken rund um den Globus. Von der heiligen Geometrie, die als visueller Ausdruck spiritueller Wahrheiten dient, bis hin zu den vielfältigen Praktiken, die die Bedeutung von Zyklen und Triaden hervorheben, durchziehen diese Zahlen die spirituelle Landschaft. Sie symbolisieren Konzepte wie Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung oder Geburt, Leben und Tod, die die zyklische Natur des Universums und unsere eigene Existenz widerspiegeln. Diese Frequenzen und Zahlen sind nicht nur in abstrakten Konzepten zu finden, sondern auch in praktischen spirituellen Übungen, wie Meditation und Mantra-Gesang, die darauf abzielen, die individuelle Energie mit der universellen Energie zu harmonisieren. Die Praktizierenden dieser Traditionen berichten oft von tiefgreifenden Transformationen in ihrem persönlichen und spirituellen Leben, die durch die bewusste Arbeit mit diesen Frequenzen ermöglicht werden. Die spirituellen Implikationen von Teslas Entdeckungen laden uns ein, über die Rolle nachzudenken, die Frequenzen in unserer eigenen Entwicklung spielen. Indem wir lernen, mit den Frequenzen 3, 6 und 9 in Resonanz zu gehen, könnten wir Wege finden, unsere persönliche und kollektive Schwingung zu erhöhen, was zu tieferen Einsichten und einem erweiterten Bewusstsein führt. Diese Reise der spirituellen Entdeckung bietet nicht nur die Möglichkeit, unsere Verbindung zum Universum zu vertiefen, sondern auch zu erkennen, dass Wissenschaft und Spiritualität gemeinsam ein vollständigeres Bild der Realität zeichnen können. Die Entdeckungen Nikola Teslas, insbesondere seine Arbeit mit den Frequenzen 3, 6 und 9, berühren tiefgreifende spirituelle Wahrheiten und bieten einen faszinierenden Einblick in die Verbindung zwischen Wissenschaft, Natur und dem spirituellen Aspekt des menschlichen Daseins. Durch die Erkundung dieser Verbindungen können wir beginnen, die Welt um uns herum und unsere eigene Existenz innerhalb des Universums auf neue und transformative Weisen zu verstehen. Als nächstes beschäftigen wir uns mit der anhaltenden Relevanz von Nikola Teslas Entdeckungen in der heutigen Zeit, insbesondere im Kontext der modernen Wissenschaft und Technologie sowie alternativer Energiequellen. Doch anstatt uns ausschließlich auf die physischen Aspekte wie die freie Energie zu konzentrieren, lenken wir unseren Blick tiefer auf die spirituellen und frequenzbasierten Implikationen seiner Arbeit. Teslas Erkenntnisse über die Frequenzen 3, 6 und 9 bieten nicht nur Einsichten in die Energieübertragung, sondern auch in das Potenzial für persönliches Wachstum und die Transformation unseres kollektiven Bewusstseins. Inspiriert von Teslas Visionen erkunden Wissenschaftler und Forscher weiterhin die tiefgreifenden Möglichkeiten, die Frequenzen und Resonanzen in verschiedenen Bereichen bieten. Von der Quantenphysik bis zur Neurobiologie, die Idee, dass Frequenzen eine zentrale Rolle in der Struktur des Universums und unserer eigenen Realität spielen, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Moderne Experimente, die sich mit der Heilung durch Schallwellen, der Beeinflussung von Materie durch Frequenzen und der Erforschung des Bewusstseins befassen, spiegeln Teslas ursprüngliche Intuition und seine wissenschaftlichen Untersuchungen wieder. Die spirituellen Implikationen von Teslas Arbeit sind tiefgreifend und weitreichend. Die Frequenzen 3, 6 und 9 bieten eine Brücke zwischen der materiellen Welt und dem tieferen, spirituellen Aspekt unseres Daseins. Moderne spirituelle Bewegungen und Praktiken nutzen zunehmend das Wissen um die Kraft der Frequenzen, um Heilung, Transformation und Erweiterung des Bewusstseins zu fördern. Meditationstechniken, die auf spezifischen Schwingungen basieren, Klangtherapien, die harmonische Frequenzen verwenden, um das körperliche und geistige Wohlbefinden zu verbessern, und sogar die Integration von Frequenzarbeit in die alltägliche Technologie sind nur einige Beispiele, wie Teslas Erkenntnisse heute Anwendung finden. Die fortlaufende Forschung und die Experimente, die von Teslas Arbeit inspiriert sind, haben das Potenzial, unsere Zukunft in vielerlei Hinsicht zu formen. Indem wir die Frequenzen und die darin verborgenen Kräfte besser verstehen und nutzen lernen, könnten wir nicht nur neue Wege zur Energiegewinnung und Übertragung erschließen, sondern auch tiefer in das Verständnis unseres eigenen Bewusstseins und der universellen Zusammenhänge eindringen. Die Anerkennung und Anwendung der spirituellen Dimensionen von Frequenzen könnte zu einer umfassenderen, bewussteren und harmonischeren Existenz führen, sowohl individuell als auch kollektiv. Wenn du jemanden kennst, dessen Tag durch dieses Video heller werden könnte, fühle dich frei, es mit ihm zu teilen. Deine Großzügigkeit und dein Engagement sind das, was unsere Gemeinschaft so besonders macht. Danke, dass du ein Teil davon bist und diesen Weg mit uns gehst. Ich wünsche dir nur Gutes auf deinem Weg. Die Erkundung der Relevanz von Nikola Teslas Entdeckungen in der heutigen Zeit, insbesondere der spirituellen und frequenzbasierten Aspekte, zeigt, dass sein Erbe weit mehr umfasst als nur die technologischen Innovationen. Teslas Arbeit bietet eine Einladung, die Welt um uns herum und innerhalb von uns tiefer zu verstehen, indem wir die Sprache der Frequenzen erkennen und nutzen. Durch die fortlaufende Forschung und das Experimentieren in diesem Bereich öffnen wir uns für die Möglichkeit, nicht nur unsere technologische Landschaft zu transformieren, sondern auch unser spirituelles Verständnis und unsere kollektive Zukunft zu gestalten.